Und wir schauen auf die aktuell vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen, die am Wochenende natürlich immer etwas niedriger ausfallen, da eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten gleich übermitteln. Dem RKI sind seit gestern 19.185 Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 1.330 mehr als am vergangenen Sonntag. Die bundesweite Inzidenz steigt auf 162,3. 67 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Bis Freitag wurden mehr als 21 Millionen Impfdosen verabreicht. Die Zahl der Impfungen wird am Wochenende nicht aktualisiert.